3, 2, 3, 4, 4, 2, 3 und... Diese Männer sind Betrüger. Ich habe 20.000 Dirham Belohnung auf sie ausgesetzt. Demnächst wird man sie uns noch als die neuen Heilsverkünder verkaufen. Sie waren nur ein drittklassiges Gesangsduo und ausgerechnet in Ishtar wollten sie Karriere machen. Wie schön mit der Ruhe. Komm, 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 komm. Immer mit der Ruhe. Bist du mit dem viel los? Ist doch nicht blind, oder? Ja, ein bisschen blind schon, aber sonst in Spitzenform. Sie taten wirklich alles, um einen Hit zu landen. Euer Leben ist in Gefahr. Ganz locker bleiben und keine Bewegung kapiert? Nehmt ihr wohl die Hände runter, ihr Idioten. Diese Flaschen können doch unmöglich die Politik der Golfstaaten beeinflussen. Leg los! Das ist wirklich unglaublich. Sind die beiden amerikanischen Heilsverkünder endlich liquidiert? Ist dies hier die Oase? Sieht das hier etwa aus wie eine Oase? Ja, guck doch die Flamingos an. Oder sind das etwa Aska? Ja, 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 ja. Der will uns abschießen. denn immer alles nur negativ sehen? Was heißt hier negativ sehen? Die wollen uns wirklich umlegen. Warren Beatty, Dustin Hoffman, Isabelle Adjani. Deine Freundin? Wie ist sie deine Freundin geworden? Ich finde sie wundervoll.